Haha Wow, wofür mache ich das? Haha So, jetzt gehe ich aber vorher noch trotzdem Ah, ok, recht ist gar nichts Okay, dann gehe ich erstmal zur anderen Seite Das lernen wir Immer erst zur anderen Seite gehen Was aber total Blödsinn ist, sehe ich gerade Hä? Hallo So Ui Äh Ach, verdammt Ich selber soll schon da hoch Ok, danach kommt Baby Mario hier Ok Wee Hoppala Dum, 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 dum Komm Yeah, go Oh Äh, dass ich hier hoch muss, hätte ich jetzt nicht gedacht Oh, ok Oh, ok Pfff, kannst du nicht mal Achso Oh, danke Oh, danke Wow Alter, Schwede, die haben mich gerettet Oh mein Gott Oh mein Gott Der hat mich Gerettet Du kannst mich mal Äh Oh, das war's schon Oh, das war's schon Toll Oh, das war's schon Mal gerade gucken, was hier links ist Ok, hier kann ich nur so hergehen Ok, hier ist das Boing Achso Achso Ich muss so rum Ok Ok Nein Da war nix Pfff, ist mir doch egal Aha Oh, verdammt Lächerlich Wow Das war sogar knapp Achso, stimmt Die klauen mir Die Eier Pfff Laufen halt alle Gegen mich Aha So, lass ich verraten Ich hab bestimmt Jetzt die Eisfrucht verloren Und Ja Tatsache Ok, war's das? Nein, noch nicht Oh So, diesmal mach ich Einfach, dass ich da Ganz schnell durchgehe Beziehungsweise Nicht Buddel Oh, das seh ich doch Das sind bestimmt Ein paar Rote Münzen bei Nein, verdammt Jetzt muss ich hier Ganz schnell durchfahren Ganz schnell durchfahren Läla Boing So, oben geh ich bestimmt Nur durch Ja, geh ich nur durch Ah Äh Komm schon Genau Ess mal die ganzen Münzen Ich weiß gar nicht Moment Was haben wir alles? Äh Blumen fehlt nur eine Und fünf rote Ach, da unten sind die Items Jetzt hab ich sie gesehen Geh mal weg hier Geh mal weg hier Ja, so viel konnte ich aber jetzt nicht machen Nein 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 Und dann hat das mir auch noch ein Ei geklaut Ich muss ihn in die Blume treffen Ja, so viel Ist hier überhaupt irgendwas besonderes? Aha, ich weiß, oh, super, spring schon voll, ja, diese kleine Unterbrechung, äh, da kannst da gehen, höh, boah, das scheiß viel mir, ach du scheiße, das war schlecht, nein, shit, bitte, ich will die Blume, nein, nein, die Säcke, Moment, vielleicht muss ich das 4 auch einfach nur schießen, na, nein, oder so, nein, 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 verdammt, Spruch, scheiße, jetzt sag mir bitte nicht, hier kommt jetzt kein, nein, ich hätte fast 100% vielleicht tun haben können, wobei, ich glaube, ich habe die roten Dinger, boah, schon wieder keinen von, nee, so, wie viel habe ich, äh, schlecht, na, na, egal, die Blumen sind das Wichtigste, so, beim anderen hatte ich, glaube ich, über 700, ne, den Bonus freigeschaltet, müsste es ja halbwegs noch klappen, Grinsewald, hmm, hmm, ah, ah, nein, Nein! Hm, ich weiß gar nicht. Äh... Was heißt gerade? Ja. Gäh получripen. Ja. Na, ich weiß gar nicht. Ja! Spannend. Wum! Ja! Hab ich noch nicht. Wum! Ja! Wum! Ja! Evisch. Nee! Ja! Ja! Na, na, na! Na, na! Ja! Ja! Nein, nein, jetzt ist er mit dem Leben abgehauen, nein, wow, das war sehr knapp, genau wie das alles, und das da, und dies, und jenes, und, oh mein Gott, Scheiße, ich habe keinen. So, hier habe ich nichts vergessen, ne, okay. Ah, Unterwelt, ah, ich Idiot, habe ich eigentlich, oh, nur zwei, na, ich glaube, das ist ein bisschen zu wenig, so, jetzt habe ich vier, glaube ich, so, noch eins. Oh, ach so, und ich dachte schon, yes. Hm, dann nicht. Nein, nein, oh, jetzt muss ich nur gucken, ach, gehen wir hoch. Oh, ja. Oh, ja. Wow. Wow. Äh, ja, okay. Da habe ich bestimmt jetzt gleich nochmal hin. Oh, okay, habe ich gerade schon erreicht, schön. Oh, Schwenkart. Oh, ich bin fast ein bisschen zweit runter gegangen. Oh, das sind nur Münzen. Ach. Brauche ich aber eh nicht. Oder? Moment, jetzt werde ich aber wirklich. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. So. Das wäre eine komische Sackgasse gewesen. Ach, fuck. Geh mal weg hier. Geh doch mal weg hier. Mensch, du stehst im Weg. Nein. Du Arschkeks. Nein. Geh weg. Jetzt habe ich wieder nicht 100%. Das gibt es ja nicht. Na, jetzt laufe ich wahrscheinlich noch fast in die rein. Happn. Aha, äh, falsch. Yes. vantagem dass ich das brauche. Ich weiß gar nicht wie viel ich es brauche. Okay, das weiß ich, wofür ich es brauche. Wobei in letzter Zeit richtig häufig der Maulwurf kommt. Jetzt können mal wieder Helikopter kommen oder Eisenbahn. Ist auch cool. Boing.